Das heißt für mich, es ist völlig okay, wie ich bin. Es ist normal. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich so, wie ich wirklich bin. Und ich bin auch selbstverliebt. Manchmal so sehr, dass ich glaube, ich bin die schönste Frau der Welt. Ja, ich stimme diesen Menschen vollkommen zu. Ich bin absolut der Meinung, dass das vollkommen normal ist. Dass es vollkommen normal ist, dass solche Menschen nicht mehr und nicht weniger Probleme haben als alle anderen Menschen auch. Es gibt allerdings eigentlich eine falsche Grundannahme, nämlich die darin besteht, dass von einer ursächlichen Problemfreiheit von diesen betroffenen Menschen bzw. bei diesen entsprechenden betroffenen Menschen ausgegangen wird. Es gibt auf der anderen Seite aber gar keinen Grund, warum Menschen mit einer solchen geschlechtlichen, sexuellen Ausrichtung mehr oder weniger Probleme haben sollen als alle anderen Menschen auch. Sie haben, genau wie alle anderen Menschen auch, ihre seelischen Probleme. Wenn ich das so sage, dann versuche ich zu einer Normalität beizutragen, denn es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt versuche, ein solches Thema irgendwie auf eine psychologische, tiefenpsychologische Ebene zu drängen oder da hochzuheben, damit ich das Thema dann, sagen wir mal, so genannt problemorientiert behandeln kann. Nein, Tatsache ist, diese Menschen haben wie alle anderen Menschen auch ihre großen Probleme. Und diese sind mithilfe der tiefen Psychologie und natürlich auch einer entsprechenden Astrologie, so wie der Astrologie wäre, durchaus erkennbar. Solche Menschen sagen ja, mein Körper passt nicht zu meinem Befinden oder wenn ich jetzt Befinden, wenn ich das anders formuliere, mein Körper passt nicht zu meiner Seele. Das ist nicht richtig, die Seele passt nicht zu diesem Körper. Oder wie Theodor Adorno mal gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das sind schlichte Wahrheiten und man sollte sich doch bemühen, bei den Wahrheiten zu bleiben. Wobei es mit den Wahrheiten immer so eine Sache ist, wie Schopenhauer mal gesagt hat, die Wahrheit durchläuft immer drei Stufen. Die erste Stufe ist, sie wird bekämpft. Die zweite Stufe ist, sie wird lächerlich gemacht. Und dann wird sie letzten Endes aber als vollkommen normal angesehen. Wobei er hat es, glaube ich, sogar umgekehrt gesagt. Erst wird sie lächerlich gemacht, dann wird sie bekämpft und dann wird sie als selbstverständlich normal angesehen. Gut, dieses ganze Thema, was ich jetzt hier um der Normalität willen, die tatsächlich hier besteht, bespreche, ist natürlich ideologisch extrem aufgeschwemmt in den letzten Jahren. Und da beteiligen sich unendlich viele Menschen an den entsprechenden Diskussionen. Die sind ja meistens auch ganz gut gemeint und so weiter. Aber nur, weil etwas gut gemeint ist, ist es noch lange nicht richtig. Und nur, weil sich jemand an einer Diskussion beteiligt, heißt es noch lange nicht, dass er weiß, wovon die Rede ist und worum es tatsächlich geht. Also wenn ich in diesem Video eine Absicht verfolge, dann wie, dass diese ganze Thematik einfach normalisiert werden muss, also in einer Weise betrachtet werden muss, die der jeweiligen Lebenswahrheit des entsprechenden jeweiligen Menschen auch entspricht. Die geschlechtliche Ausrichtung, die entsprechende Menschen haben, ist ja eine bestimmte Form, die sie in einer entsprechenden bewussten oder unbewussten Weise gewählt haben. Eine Form. Und in dieser Form entsteht dann ein entsprechender Inhalt. Und dieser Inhalt ist das eigentliche ursächliche Ding, um das es geht. Jede Ursache kann in vielen verschiedenen Formen auftauchen. Und das, was hier im Sinne dieser sexuellen verschiedenen Ausrichtungen existiert, sind verschiedene Formen einer entsprechenden jeweiligen Ursache. Allerdings ist es so, dass wenn sich eine Form ändert, also zum Beispiel wenn ein Mensch die Form seines Körpers ändert, zum Beispiel im Extremfall auch durch Operationen und so, dass das ursächliche Problem damit ja nicht behoben ist. Das ist wie in der Schulmedizin, ja. Wenn man eine Operation überstanden hat oder eine Krankheit überwunden hat, dann heißt es noch lange nicht, dass das dahinterstehende Problem auch überwunden ist. Ich werde euch jetzt also drei Beispiele von Hunderten, die ich hätte, drei Beispiele mal aufzeigen. Also einfach nur exemplarisch, ja, von Menschen, die eine entsprechende sexuelle Ausrichtung, geschlechtliche Ausrichtung haben. Ich habe unendlich viele Menschen mit verschiedensten sexuellen, geschlechtlichen Ausrichtungen in meinem Leben schon beraten. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis schon immer lesbische, schwule Menschen gehabt und auch noch habe, kenne immer noch. Da kann jeder tun, was er will, aber das heißt eben nicht, dass es eine problemfreie Zone ist, ein solcher Mensch. Die Normalität lautet, die völlige Normalität lautet, auch ein solcher Mensch hat Probleme. Und ich werde euch da jetzt gleich drei Beispiele geben. Und ich werde euch da jetzt gleich drei Beispiele geben.